Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wings Club A4 Butterflakes at Rangers Wir befinden uns wieder hier in dem Raum Weil ich jetzt wieder genug Diamanten gesammelt habe, um weitere Klamotten zu kaufen Ja, Klamotten, nö Überspringen, überspringen, hiermit schon alles Bisschen leiser machen So Das hatten wir schon, dann kaufen wir das hier Kaufen Auch kaufen Und dann hätten wir jetzt alles So Zurück zum Raum Obwohl, warte eben Ich bin noch, ich möchte noch mal dorthin, ich möchte noch mal dorthin, ich möchte noch mal dorthin Meine Beliebtheit ist ja jetzt wieder Voll OP Ach, wünsch ich mal, wer die Beliebtheit, meine Abonnentenzahlen, das wäre so episch Ist es aber leider nicht Dauert wohl noch ziemlich lange So Öffne mal verbessern Und Okay, die nächste Verbesserung kostet 4000 Ja, ist ja eigentlich machbar So Und zurück Okay, dann machen wir mal mit der lieben Stella weiter Und im heutigen Part haben wir uns den letzten Schuss und kämpfen dann auch endlich mal gegen Brafilios Ich glaube, ich musste hier lang Ich glaube schon, ich brauche wieder Diamanten So Und ich darf zweimal sterben Zweimal darf ich komplett sterben Dann hat nicht Dieser, die jemand wollte ist Stella läuft bitte mal schneller, bitte Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit Versteht ihr? Tag Sonne Stella Wirds kommt flach Wirds kommt flach Da wirds ganz flach So Auf gehts zum letzten Schlüssel Und dann ist dieser Raum auch komplett Und das wird auch höchstwahrscheinlich heute der letzte Part sein Weil die anderen zwei Räume Die anderen zwei Räume sind wohl noch nicht komplett fertig Weil ich habe im Internet gelesen, dass sie noch voller Bug stecken Also Wird es wohl erst der letzte Part sein Vorerst Okay, und ich weiß schon, wo überall die rote Diamanten sind Weil ich habe mich schlau gemacht Ich habe meine Videos nochmal angeguckt Und ich habe die Räume nochmal auf Screen ein bisschen abgeguckt Hier sind drei rote Also und hier nochmal drei rote Und dann sind hier die letzten zwei Und die soll mich als erstes sein Ich brauche Karten Thank you Thank you very much Dann nochmal diese Karte hier Bitte seine Karte Natürlich nicht Dann sammle ich hier nochmal den roten Diamant ein Dann hätten wir schon zwei von acht In den Räumen ist ja sowieso nichts drin So, ich brauche aber mehr Karten Weil meine Diamantenanzahl ist schon wieder auf null Naja, fast Aber mit 13 Diamanten kann ich auch nicht viel abfangen Okay, welchen Raum fangen wir als erstes Ich glaube, ich nehme das schwere Raum Weil da man sterben kann Weil man da sterben kann Ich glaube, das war super cooles deutsch hier Als eine Stelle, wo man hier schön sterben kann Ist ein Diamant versteckt Deswegen hole ich glaube ich erstmal diesen einen Diamant Diesen einen Diamant Los geht's Ach komm schon Stella Wenn du nicht willst, dann Mach Blum das doch sicher gerne Blum Fairy of the Dragon Flame Die immer im Mittelpunkt steht Hm? Hm? So So und So und warten Warten, 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 warten So Lief doch ohne Probleme So Jetzt heißt es wieder warten Und ich glaube, ich kürze ab bei Ich kürze niemals im Leben ab Dann passiert das ja Ich hab ja gesagt Ich hab's gesagt Hier kann man sterben Aber nein, niemand wollte mir zuhören Boah, das war wieder knapp So Ich wollte ja nicht hören Ich wollte mir selbst nicht zuhören Hm? So Und diesmal warte ich Diesmal warte ich So Diesmal ist nix passiert Diesmal ist nix passiert Und der eine Diamant ist ja eh direkt am Anfang Von daher Kein so großes Problem Okay Ach, die Szene können wir gerne überspringen Spiel Die brauchen wir uns nicht hundertmal anzusehen Hopp und Hopp So Warten wir mal auf das nächste gesegnete Boot So und Hopf und Hopf Hopf, hopf Nicht hüpf, wüpf, sondern hopf, hopf So Jetzt warten wir mal wieder her Miep 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 Aha Denkste 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 So, dann möchte ich hier gerne mal wieder drauf Sek Ey, Jasper Umfe Hab ich jetzt den Diamant? Okay, ich hab den Diamant von daher YOLO Hab den Diamant Das ist alles was zählt Das ist alles was zählt Das ist alles was zählt Ich hab den Diamanten Es heißt es wieder warten Mhm So Ich seh's eh schon kommen, dass ich hier wieder abkacke Ich seh's doch schon kommen Okay, bisschen zurück Und Hochspringen So und Hochspringen Okay, ich hab nichts verkackt Ich hab es nicht verkackt Ich kann heute irgendwie kein Deutsch mehr Irgendwie kann ich kein Deutsch mehr Irgendwo Oh ja, stimmt Ich hab was vergessen Da war ja was Hier sind ja noch zwei weitere Hehehe 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 Okay, Labyrinth ist ja nicht so schlimm Nicht so schlimm Kann ich nicht abkürzen? Mhm Na, aber dann komm ich auch nicht mehr zurück Also erstmal die Truhe holen Erstmal die Truhe Ja, Karte So Schalte aktivieren Zähne überspringen Und wieder raus hier So, 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 so Miep Miep Und Miep Ja, ich brauch diese nicht nochmal einmal genügt eigentlich Ja, ich brauch diese nicht nochmal einmal genügt eigentlich Hier Warte hier Nein, der war nicht hier Hm Warte hier Müsst ihr hier ja irgendwo gleich kommen Hier ist der I found it I have found it I have found it Woah That close one Jetzt heißt es wieder ab zurück Und dann kann ich auch die Kiste schön abholen So, wunderbar Hallo, ich möchte die Kiste abholen Aber nur Diamanten Unnötig Mach ich alles auf Screen wieder Ja, ich glaub auf Screen wäre die bessere Lösung Hm Kann ich ja nur noch auf Screen machen Wessen neue Spielupdates kommen Der letzte Update Der letzte Update Das letzte Update Der oder das Das Update Das letzte Update kam ja Ende Dezember 2015 raus Von bisher kam ja kein Update mehr raus Deswegen weiß ich nicht ob da überhaupt noch Updates kommen Ich hoffe es, weil ich möchte gerne weiterspielen Aber ich hab das auch mit dem Bug schon selbst bemerkt Weil ich hab einen Raum Schon mal Offscreen angetestet Da hab ich den Schlüssel auch bekommen Aber der wurde irgendwie nicht dazu gezählt Und ich sag mal An den Schlüssel kommen wir pure Hölle Man müsste nämlich auch so ein Dach Also, was sage ich so Dach Also, da war so ein Raum Da wo viele Bücher sind Das ist so Raum der Geschichte Ich glaube das kennt man aus der sechsten Staffel Ja, das war die sechste Staffel Hm Da wo Daphne unterrichtet hat Da ist so eine Schräge so oben Also so Also wie soll ich jetzt sagen Das sind so Balken Oh, Zylinder Ähm Oh wie soll man das sagen Ähh sagen wir einfach mal Sowas in der Art hier so Und jetzt ist Oh 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 Ok, sagen wir mal Stell doch das vor Und dann diese Lichterketten hier Stangen da Die sind da so drauf Und man muss da so auf einem dünnen Plattform Also noch viel dünner als hier vorbeilaufen Also drüber laufen und ich merks in erklären bin ich total schlecht und die tür backt hier hallo ich bin hier raus so fehlen uns nur noch zwei und die letzten zwei befinden sich hier ich muss nur gucken wo sich der jeweilige noch mal befand und ob ich an beide sofort reinkomme oder ob ich ja wieder hin und her muss ja irgendwann noch fallen da war eine falle zum beispiel da war hier eine falle darauf war ich kein zweites mal rein so ich glaube es reicht mir nicht dass nur bei einem mache also glaube ich und hoffe ich auch letztes mal hat es ja auch funktioniert obwohl ich nicht weiter komme also da war ja dieser raum wo ich nicht weiter konnte weil ich den schlüssel noch nicht hatte das war ja der letzte schlüssel im vorherigen part also nicht der letzte part sondern zwei parts davor oh gott ich rede nie wieder so schnell nein 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 blumenlos hol den schlüssel sonst kriegen hier jeder noch ohrenschmerzen weil die mir nicht folgen können also hier war es so hohe aufsameln it won the card it won the card it won the card so und hier schon wieder eine falle so dann gucken wir mal die drohe möchte ich gerne noch haben und es hat sich gelohnt es war eine karte ich glaube das war hier irgendwo ich meine es dass es hier irgendwo war weil da ging es weiter oben und da war ja der andere diamant okay dann gucken wir mal das muss doch hier irgendwo gewesen sein ich komme das ist ja ein raum für stelle sehe ich gerade hier irgendwo musste die mann ja auch sein weiß hier irgendwo ja hier war das diamant der diamant das diamant whatever jetzt fehlt uns nur noch ein diamant wieder zurück zum anfang und lass dich nicht von diesem teil hier erwischen du hast nur noch ein herz so wunderbar jetzt noch mal ganz nach oben so und da ist der letzte ich habe schon die falle mal deaktiviert ne wunderbar 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 okay das war hier ne das war doch hier ne ne das war nicht hier hee meh ich bin dumm falsche tür ok schieß mal so auf die versteckten fallen ne ok muss ich hier lang nein da muss ich nicht lang hee hee nochmal da ist der schalter es muss ich ich muss da lang in das spiel was erzählst du mir da komme ich nämlich nur zur truhe es muss ich eigentlich es muss ich da lang also bitte glaube ich nein es ist alles in ordnung alles in ordnung hier war die tie ja das war ein sehr nahes so alle acht jubeln rote jubeln wow du hast alle acht roten jubeln eingesammelt ja und weiß ich bin total gewinnig ich habe die letzte kabel ich habe die letzte kabel ich habe die letzte kabel kann ich hier runter springen kann ich hier abkürzung machen Und nochmal So Tschüss Tschüss lieber Raum Tschüss Ich musste mal den letzten Schlüssel hier einsammeln Bye Ich geh da mal wieder Tschüss So 220.000 Beliebter I'm famous bitches So You did it Roter Juwel eingesammelt Juhu Hm Was wollt ihr von mir Raum ist abgeschlossen Da gibt's keine weitere Schlüssel So Und jetzt heißt es Ab zum finalen Kampf I'm ready for it Das war dieser Raum den ich meinte Das kann ich dann mal kurz zeigen was ich meinte Das war der Raum den ich meinte Und ich zeige euch mal was ich meinte Hm Hm Ja überhaupt keine Papier Das meine ich Man muss nämlich hier drüber laufen Und das ist einfach nur die pure Hölle Da bin ich nämlich ziemlich oft runter geflogen Und der Schlüssel wird überhaupt nicht dazu gezählt Ich hab den schon eingesammelt Da steht einfach mal nur Schlüssel Weil es gab da so einen schönen Bug wo man den Schlüssel erreichen konnte Ohne dass man da drüber geht Eldora hast du ne Karte für mich Eldora Warte auf mich Hast du ne Karte für mich Hast du eine Karte für mich Hast du eine Karte für mich Hast du eine Karte für mich Nein Hast du nicht Hast du eine Karte für mich Was Emoji Was Emoji Was Emoji Lol Laughing out loud Falsche Richtung Kennt man von mir Das Finale beginnt Das war das letzte Mal dass du Affair belästigst Profilias Delum Dem Dum Dum Dada 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 немнож Dum Dum Mit Das war den Du kannst nicht fliegen Chicago custard Es gab es large Es hat einen Einsteiger Ganz Olympics ready for you profilius am rei so was muss ich eigentlich machen das weiß ich nicht mal was ich machen muss was muss ich machen ich weiß nicht was ich machen muss die folgen mir ja stimmt da war ja was die folgen mir ja hallo folgt mir folgt mir und ich kann die kamera nicht drehen hallo folgt mir hallo ich möchte dass ihr mir folgt dann folgt mir warum folgt ihr mir nicht folgt mir doch hallo folgt mir folgt mir wieso komme ich da nicht hoch nein 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 falsch hallo ihr müsst hier hinkommen komm folgt ihr mir jetzt form mir hallo hallo woah ey boah ey hier seid ihr aber auch fies ja komm hier lang hier lang hallo hier lang hallo hallo hier lang hallo hier lang folgt mir doch mal Hallo, wie soll ich da auch entkommen du blöds Ich sag besser nicht Ja, 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 richtig 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 Nee, toll, ich sterb hier noch ab Oh gut, deshalb meine Lebenspunkte, geh wieder hoch, okay So, ich bin wieder voller Energie Jetzt muss ich wieder nur warten Oh Gott, hätte ich gewuscht Komm, ich verfolge euch, ich verfolge euch, ich verfolge euch Ich verfolge euch, ich verfolge Oh nein, 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 nein Nein Das war jetzt peinlich Tut mal so, als hättet ihr das nicht gesehen, okay Tut so, als hättet ihr das nicht gesehen Ja, Fische, ihr arbeitet doch heimlich für Brafilius, deswegen läuft den Stotts hin, hm Komm schon Du bist nah genug Du warst nicht nah genug Hallo, ihr müsst nach vorne laufen Nach vorne, hab ich gesagt Ja, läuft nach vorne, lauf nach vorne Gut, da bleibst du auch Bitte weiter nach vorne Weiter nach vorne Weiter nach vorne Hallo, weiter nach vorne Läuft ihr mal nach vorne? Hallo, weiter nach vorne laufen, bitte Hallo, lauf doch mal alle meine vorne Ja, ja, thank you very much Ne, das ist mir jetzt total egal Ja, ja, ich kann angreifen, ich kann angreifen Ja, Brafilius ist gleich da Ja, Brafilius ist gleich da Yes, I did it I did it I did it I did it We did it Everybody, let's go Brafilius was no longer A fear was saved But the new enemy is coming Kann ich nochmal da rein? Ich will es hierbei nicht wissen Ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen Und tschüss, bis zum nächsten Mal bei einem anderen Projekt Danke fürs Zuschauen Unterstützt mich mit einem kostenlosen Abonnement Mit einem Daumen nach oben Und bitte den Adblocker deaktivieren Danke